Geil! Ich zieh mal meinen Mantel aus. Hallöchen! Ja, ich bin mal persönlich für euch da. Das Muttiereichel. Ja, sonst ist immer nur in der Studio 22 hier anwesend und macht sein Schabernack. Heute bin ich mal persönlich für euch da. Ja, eine kurze Kollektion des Ballfreund und ein paar Getan gesammelt. Es gibt noch ein paar andere, aber das sind so meine Hauptsächlichen. Ich werde noch mal ein schönes Video dazu machen. Ich wünsche euch ein wunderschönstes Weihnachtsfest, einen tollen Rutsch ins Neujahr und hoffe natürlich, dass ihr wohlauf seid, gesund, glücklich. Ja, macht mal ein bisschen Snow, macht mal ein bisschen... Ich weiß, es ist schwer und auch hart und brutal. Aber all das kann Liebe und andere Dinge, ja auch Essen, wieder glücklich machen. Genießt die schöne Zeit. Wir sehen uns im nächsten Jahr und hoffen, dass wir wieder geile Gigs machen können, Musik machen können und einfach die etwas Unbeschwertheit wieder genießen können in dieser Hinsicht. Ich wünsche euch ein wunderschönstes Fest. Seid gechillt und smooth und rennt Gitarre, spielt Gitarre, macht Musik, hört Musik. Smoothie liebt euch. Bis dann. Tschüss. Schöne Grüße von Frank Zappa, der ist gestern 80 geworden. dann Musik Musik